so hallo liebe fortnite fans und da sind wir wieder das ist meine pv map heute hatten wir ja auch pvp dazwischen und so hier haben wir noch mal pv und zwar das klingt für mich einfach interessant und survivor game hier im space modus also das klingt echt cool ich hoffe dass es mindestens so cool ist wie sie es anhört bin auf jeden fall gespannt drei maps gibt es da auf jeden fall gucken wir uns auf jeden fall an der doomslay passt super dazu auf jeden fall noch mal gucken kann eigentlich schief gehen ich weiß gar nicht wie viele leute da jetzt gerade stand maximal fünf oder acht irgendwie sowas in der richtung auf fünf na ja also mit ein paar freunden könnt ihr euch da auch einloggen wenn ihr bock habt das klingt auf jeden fall nach spaß da gucken wir mal rein ob das so ist wie es anhört so hier sind wir bei ja hier können wir uns wahrscheinlich eines der drei welten aussuchen voraussetzung es kommen noch weitere spieler aber vielleicht vielleicht bringt ja jetzt die werbung bei youtube hier was und können ein paar spieler dazu holen sturm schaden aha okay also anscheinend bin ich jetzt alleine reingekommen starten des spiels also man muss jetzt nicht mit fünf mann da sein man kann auch vorher starten anscheinend ist ja auch nicht verkehrt für den fall dass kein schwein kommt kann man dann auch noch mal beginnt in egal wo ich hingehe also erstmal worten ja dann gucken wir mal ob ich gewinne gegen mich jetzt wird schwierig das ist ja noch einer komme ich mache ich mache jetzt mit bei dir ich kann leider nicht ändern ja ich würde ja ändern aber geht nicht also jetzt bräuchte noch einen dritten um vielleicht entweder noch bei der letzten eine eins hinzukriegen oder aber da nummer drei kommt nummer drei mach mal rot 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 gut dann können wir jetzt da reingehen das kommen wir ja gar nicht mehr vorwärts sind wir schon mal zu dritt zombie hunter sind da kohle haben wir noch nicht das sieht auf jeden fall echt nice aus hier wir müssen ein paar sachen finden die ist voll am cashen ich was warum hat ihn schon kohle cheater ich gehe mal auf die suche leute so viele so viele bösewichte für uns ein paar männekes hier das finde ich das finde ich richtig wenn leute das geld weg grabben dass jemand anderes sich frei gespielt hat also das finde ich echt geht gar nicht also jetzt greppen bei portland erinnert mich so kraft an die halle 2 sage ich immer wieder das wird immer heftiger ja komm doch dein geld jetzt gehst du dir wie witzig im nebel rein ach warum nicht könnte es ja sterben das tut mir aber leid ja jetzt will ich auch ein bisschen geld haben hier also das ist schon kraft die sterben sehr sehr schnell muss ich sagen ich könnte noch mal gucken ob wir noch irgendeine andere waffes kriegen für unsere lumpigen 30 dollarchen hier ich weiß ja nicht warum wir so eine haben jetzt kommt die kohle gift monster hier das haben wir auf jeden fall geschafft auch ohne unsere kumpels hier jetzt sind wir schon inzwischen zu viert wie ihr seht wir haben auf jeden fall schon ein paar neue mitspieler bekommen also die waffe hier ist fast sogar am besten ey mann die waffe wollte ich haben ich kämpfe ich alleine durch wie ihr seht ich gehe durch das gift label zeug hier um mein geld zu holen aber die sind jetzt schon da drin irgendwie am weitermachen also da kann man auf jeden fall auch noch was machen ja nice kriegen wir noch andere waffen rocket launcher will ich nicht haben wir haben mich alle in stich gelassen nein lass du nicht sterben ich bin wieder da freunde danke dass ich ein stich gelassen habt das ist meine kohle gewesen er springt dann noch rückwärts in meine kohle rein alter alter ihr seid echt drauf hier also was müssen wir die ganzen sachen hier frei spielen scheinen die auf jeden fall ganz gut zu machen ja das ist bestimmt leben oder und geld vor allem geld money money durch das anderen rocket launch einmal noch mal kommen wir nehmen uns auch ein rocket launch damit der geht sich natürlich direkt die kohle holen hier ne oder welche ja das spiel ist auf jeden fall ganz nice muss ich sagen würde ich gerade retten kommen glaubst du wohl nicht ne ja okay dann gucken wir mal ob wir nicht mal wieder irgendeine tür aufmachen können hier oben vielleicht nicht nur vielleicht können wir sogar aber was habe ich da gekriegt boah alter wie viele sind denn hier noch ja das sieht auch cool aus dann hauen wir sind mal weg hier da komme ich nicht mehr raus so also wieder viel ballern viel zombies und viel spaß auf jeden fall ja alter ganz ehrlich wie soll ich dich retten wenn ich selber beschossen werde äh getötet werde die ganze zeit hier angegriffen werde boah alter ist das eine armee alter ich lade doch endlich mal nach alter hau rein oh guckt euch das an alter bis der was gemacht hat ne hier komm das läuft ja gar nicht die sind überall die schweine ne komm spring doch hoch vielleicht habe ich glück und die komme ich ja nicht können wir ja nichts ah glück gehabt so jetzt können wir die in Ruhe abknallen so geht's auch ne oder was meint ihr dazu meine kleinen schweinischen tricks hier ne also holen wir jetzt erstmal unsere Kohle Mika lässt das bitte was du auch immer schon wieder da machst jetzt während ich hier aufnehme gut die Kohle kriege ich jetzt nicht aber ist egal ich muss denen da hinten mal ein bisschen helfen die kriegen die ja alle gar nicht platt hier der Rindsteuer voll rum und holt sich die ganze Kohle ey egal vielleicht macht aber jetzt ne vernünftige Tür auf guck mal die ganzen Frapsen hier na alter hey Budi na das ist klar bei dir äh was ist denn das passiert ein bisschen Geld habe ich mir auch verdient oder ey das war mein Geld ey alter du bist vielleicht echt so ein Arschloch guck mal da macht dann alles auf wenn du das Geld hast nein weiter sammeln Gier Gier noch mehr Gier ja hier ist auch gar nichts mehr drin ne außer hier ein grüner Rocket Launcher was haben wir hier wieder Coins Revolver und hier guck mal gucken wir mal weiter hier ah nein ist hier gar nichts mehr aufgeladen alter schlechte Vorbereitung hier also da ist auf jeden Fall noch ein Weg Hilfe kommt ihr alle her hier ja ich weiß nicht kann ich hier irgendwas austauschen das Ding hier vielleicht ja kommt Leute wir machen sie schon weg hier also wenn ich so gucke sterben andere ganz schön häufig ne dafür bin ich doch gut am Leben hier ne oder was meint ihr dazu so alles klar also auf jeden Fall geiles Spiel macht auf jeden Fall Spaß kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen und ja guckt auf jeden Fall mal rein vielleicht nimmt eure Freunde direkt mit habt ihr größeres Team und ja dann bis zum nächsten Mal Leute danke Abo und Like nicht vergessen ciao Ciao